Hallo, herzlich willkommen zu Episode 3. In dieser Episode geht es darum, wie wir mit Daten effizienter umgehen, wie wir mit Daten aktiv spielen und wie wir in R und RStudio uns auch neue Fähigkeiten selbstständig aneignen können. Dazu setzen wir wieder auf das Tidyverse und wir setzen auf einen Datensatz vom Deutschen Wetterdienst. Sie können die Sachen hier oben runterladen und außerdem ein Cheatsheet zum Tidyverse an sich anschauen. Hauptthema dieses Videos ist die Unterscheidung in Wide- und Long-Daten. Das sind zwei total gängige Datenformate, mit denen sie schon häufiger zu tun hatten, aber es vielleicht in dieser Form noch nicht wussten. Ganz generell sind Wide-Daten Datensätze, Tabellen, in denen eine Dimension in Spalten abgebildet ist. Im Fall des Datensatzes des Deutschen Wetterdienstes beispielsweise befinden sich Durchschnittstemperaturen pro Jahr pro Bundesland. Der Datensatz könnte also so strukturiert sein, dass jede Zeile ein Jahr ist und jede Spalte für ein Bundesland steht. Dann hätten sie also 16 Spalten und jede Menge Zeilen pro Jahr eben. Das Format funktioniert ganz gut. Es nennt sich Wide-Format deshalb, weil, wenn sie die Granularitätsebene verändern würden, wenn sie also nicht Daten pro Bundesland hätten, sondern beispielsweise Daten pro Landkreis oder pro Postleitzahl, dann hätten sie sehr, 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 sehr viele Spalten und entsprechend ein sehr wide, breites Tabellenformat. Das ist einerseits recht übersichtlich aus menschlicher Perspektive, weil sie in Spalten denken und lesen können. Es ist andererseits aber auch etwas problematisch, weil sie jeden Spaltennamen aufführen müssen und weil sie insgesamt ein wahnsinnig breites Dateiformat aufmachen, bei dem sie irgendwann auch den Überblick verlieren, insbesondere wenn es um die maschinelle Verarbeitung des Ganzen geht. Die Alternative dazu sind Long-Format-Daten, bei denen die Zeilen nicht ein Jahr, sondern einen Fall abbilden. Ein Fall ist also ein Jahr in einem Bundesland beispielsweise. Sie hätten also eine Zeile Sachsen 2019. Das heißt, sie haben eine Spalte, die heißt Ja, sie haben eine Spalte, die heißt Vermögens-Bundesland und sie haben eine Spalte mit dem eigentlichen Wert. Das war's. Mehr Spalten brauchen sie gar nicht, aber sie brauchen natürlich deutlich mehr Zeilen, denn sie haben das Jahr 2019 nicht als eine Zeile im Datensatz, sondern sie haben 16 Mal, bei 16 Bundesländern im Datensatz. Die Daten werden sehr, sehr long. Mit dem Tinyverse kann man diese beiden Formate wunderbar gegeneinander austauschen und man braucht sie auch beide an unterschiedlichen Stellen. Zur Visualisierung, ggplot, Episode 2 beispielsweise, brauchen sie häufig Long-Format-Daten. Und um da hin und her zu wechseln, gibt es zwei sehr hilfreiche zentrale Funktionen, die heißen Pivot-Wider und Pivot-Longer. Diese zwei Funktionen lernen wir jetzt mal kennen, und zwar im Idealfall erstmal über die Hilfe-Funktion. Die Hilfe-Funktionen, die erreichen sie in R immer so, indem sie den Namen der Funktion schreiben, ohne die Klammern hinten, und vorneweg aber ein Fragezeichen setzen. Wenn sie das ausführen, dann öffnet sich rechts unten in RStudio die Hilfe-Seite. Eine Alternative wäre übrigens, Shortcut, wenn sie den Namen der Funktion getippt haben und einfach den Cursor im Namen drin haben, drücken sie F1, dann öffnet sich dieselbe Hilfe. Viele Pakete in R kommen außerdem mit so einer Default-Anleitung, also so eine Anleitung, wie sich die Entwicklerinnen und Entwickler vorgestellt haben, dass man ihr Paket nutzt. Diese Anleitungen heißen in R Vignetten. Vignetten rufen sie auf, indem sie dem Fall Vignette eingeben und in Klammern dann den Namen der Vignette. Das ist in vielen Fällen der Name des Pakets, aber nicht immer. Im Zweifel googeln sie kurz Vignette-Paketname, dann finden sie schon raus, wie die heißt, wenn es eine gibt, und können die dann in R wiederum aufrufen. Die Daten liegen aktuell im Wide-Format vor. Wenn wir die also verlängern wollen, in ein Long-Format bringen wollen, brauchen wir die Pivot-Longer-Funktion. Und wie wir jetzt gelesen haben, brauchen wir dafür insbesondere drei Parameter. Der erste beschreibt, welche Spalten denn von diesem Wide-Format eigentlich ins Long-Format übertragen werden sollen. In unserem Fall sind das im Wesentlichen die Bundesländer. Der zweite Parameter, den wir brauchen, ist das Names-To-Argument, das den neuen Spaltennamen bekommt, in das die bisherigen Spaltennamen überführt werden. Den können wir in unserem Fall einfach nur Bundesland nennen, damit wir eine Bundeslandspalte anschließend haben, bei dem die Länder drinstehen. Und der dritte Parameter, den wir offenbar brauchen, ist Values-To. Values-To ist der Spaltenname der neuen Spalte, in dem die eigentlichen Werte da drinstehen, Temperatur zum Beispiel. Gut, also dann lassen wir das laufen und schauen, was dabei rauskommt und stellen fest, da sind noch so ein paar Spalten mit drin, die wir eigentlich gar nicht wollten oder brauchen. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen nochmal ganz kurz, wie der Ansatz eigentlich aussieht. Okay, es gibt eine Ja-Spalte und dann gibt es noch eine Ja-Spalte, die aber nur das Ja enthält. Also das Wort Ja, das brauchen wir nicht. Das schließen wir einfach aus. Den Select-Befehl kennen wir ja bereits am Tidyverse, damit können wir mit Minus vom Spaltennamen einzelne Spalten ausschließen. Und genau das gleiche Format können wir auch in Pivot-Longer verwenden und sagen, nimm einfach alle Spalten, die es da gibt, außer die eine mit Minus. Und dann haben wir ein Long-Format. In dem Fall mit 2.502 Zeilen. Macht das Sinn? Moment, wir haben A. Es gibt also ein Bundesland Deutschland und es gibt ein Bundesland X20. Beides macht nur so halb Sinn. Deutschland können wir aber eigentlich belassen. Es gibt offenbar einen Bundesschnitt. Den nehmen wir einfach mal mit. Dann haben wir halt 17 Bundesländer. X20 scheint irgendwie kaputt oder leer zu sein. Da sind dann leider Na-Werte drin. Und in A ist der R-Sprech für fehlende Werte. Schließen wir also einfach aus und können dann das Ganze wieder verlängern und landen jetzt bei einer Zeilenanzahl, die in 2.502 plus 139 Jahren für Deutschland als 17. Bundesland entspricht. Übrigens, wenn Sie den Befehl nochmal neu ausführen wollen, also in der Konsole, den vorherigen Befehl nochmal in die Konsole holen wollen, dann können Sie auch mit den Pfeiltasten durch Ihre Konsolenhistorie sozusagen blättern. Also ab, visualisieren. Wir visualisieren mit Line und Point und schauen uns das mal an. Oh, stellen fest, Plus statt Pipezeichen. Also nochmal, diesmal mit Plus. Und ja, so semi-übersichtlich. Es gibt aber glücklicherweise die Möglichkeit, Long-Format-Daten in Visualisierungen aufzusplitten. Dass man also pro Bundesland den Graph zum Beispiel kriegt. In unserem Fall also 17 Mal für 16 Bundesländer und einmal Deutschland. Die Befehle dafür sind die Facet-Befehle. Facet-Wrap, Facet-Grid und so weiter. Das heißt, wir lesen erstmal wieder kurz die Hilfe und schauen auch, ob wir eine Minette dazu finden und lesen uns ein bisschen ein, wie das Ganze funktioniert und stellen fest, aha, Facet-Wrap und dann als Parameter den Spalten-Namen, nachdem wir das Facet versetten sollen oder wollen. Ja, und jetzt ist es eigentlich einigermaßen schön. Wenn wir jetzt noch beispielsweise Deutschland hervorheben wollen, dann können wir das tun mit einem zusätzlichen Paket, ein Paket, das sich GG Highlight nennt. Und wenn wir neue Pakete installieren, schauen wir immer, ab sofort, immer zunächst mal in die Vignette oder in die Beschreibung, was dieses Paket eigentlich macht. Denn in dem Fall macht GG Highlight genau das Gegenteil von dem, was es behauptet, dass es macht. Ich hätte vermutet, GG Highlight highlightet bestimmte Daten, tut es aber nicht. GG Highlight versteckt nämlich einfach alle anderen. Heißt für uns, wir müssen alles farbig machen, um dann alles wieder zu verstecken außer Deutschland, um am Ende Deutschland farbig zu haben. Und wenn Sie das ganze Spiel jetzt mit einem anderen Datensatz noch probieren wollen, Ihr Wissen ein bisschen festigen wollen, ich habe Ihnen ein Beispiel vorbereitet mit Covid-19-Daten. Die Daten finden Sie da oben, die Übungen finden Sie da oben, da kriegen Sie auch so die ersten Schritte mit Anleitung angezeigt und können dann das eben Gehörte und Gelernte festigen und anschließend die weiterführenden Links unterhalb des Videos nutzen, um sich so ein bisschen weiter einzulesen. Das war es dann auch schon von dieser ersten kurzen dreiteiligen Einweisung in R. In den nächsten drei Episoden geht es darum, wie wir die Auswertungsverfahren, die wir schon aus der Statistikvorlesung oder aus den Datenanalysekursen kennen, auf R übertragen. Untertitelung des ZDF, 2022